Jetzt musst du dir, aber es passiert ja Trick, 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 Barababam, jetzt musst du dir da so Kürzel ausdenken, ja, jeder hat seine eigene Judging-Sprache, oder teilweise Symbole, Pfeile, Kreise, whatever für diese ganzen Tricks, und dann hat man alle Tricks im Skateboarding erfunden, es kann ja sein, dass jemand mit einem komplett out of nowhere neuen Trick kommt, das passiert tatsächlich regelmäßig, ich denke voll oft drüber nach, aber egal wie ich drüber nachdenke, fällt mir keine Sportart ein, die ist so schwer zum bewerten das, weil es gibt keine klare Linie, im Skaten kann das Bret sich ja, das kann sich in die Horizontale, in die Vertikale drehen, dein Körper kann sich dann auch noch drehen in verschiedenste Richtungen, also dein Körper kann verschiedene Saltos, Rotationen, whatever machen. Ah ja, Sommerpause ist schon was Geiles, den ganzen Tag nur im Liegestuhl sitzen und surfen bei Olympia gucken, kann man mal machen, naja, aber ganz so war es dann leider nicht, ich hatte auch ganz schön was zu tun, Ich musste zum Beispiel in den Surfurlaub fahren und habe gute Wellen in Portugal genossen, während Fabi auf jeden Fall fleißig am Fluss surfen war, dabei aber auch wohl viel Arbeiten war und diverses anderes zu Hause erlebt hat, darf ich einfach nach der Sommerpause, wenn sie dann endgültig vorbei ist, ein bisschen drüber sprechen. Heute gibt es auf jeden Fall mal die kleine versprochene Content-Interruption in der Pause. Ich hatte ja den Podcast Takeover angekündigt, leider sind die zwei Personen, die da eigentlich tätig werden wollten, jetzt irgendwo abgesprungen, haben dann doch keine Zeit mehr gefunden. Naja, ist halt immer so eine Sache, aber ich hatte ja für den Fall was vorbereitet, hatte ich ja versprochen. Und zwar war Fabi ja vor einiger Zeit schon mal bei meinem Zweit-Podcast, den ich betreue und produziere, Stärke beginnt im Kopf von dem Mental-Coaching-Startup Spomind zu Besuch, hat dort ein Interview mit dem lieben Phil geführt, beziehungsweise der liebe Phil mit dem Fabi. Und da geht es um Skateboarding und die Besonderheiten und gerade so der metaller Aspekt dahinter. Ich fand es sehr spannend, was Fabi da so alles erzählt hat. Es geht auch um Olympia, um Verbandsarbeit und alles Mögliche, sehr informativ und sehr lustig. Und da dachte ich, lade ich heute einfach mal hier in unserem Podcast hoch, damit ihr ein bisschen was zu hören habt. Schließlich ist Olympia ja jetzt auch durch. Richtig geile Wettkämpfe, geile Heats gewesen, muss ich sagen. Ich habe ja sehr selten mir mal Profi-Surfen vorher überhaupt angeguckt und war jetzt diesmal doch echt ganz schön geflasht, auch wie spannend das Ganze war. Auch dazu mehr demnächst, wenn wir dann wieder wirklich zurück sind. Heute wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dieser kleinen Episode und wer tatsächlich auch noch Zeit hat, weil olympisches Surfen ja jetzt durch ist, hört doch gerne nochmal in weitere Episoden vom Spomind-Podcast rein. In der letzten Folge, da haben wir zum Beispiel, habe ich den lieben Phil zum Beispiel zum Thema Karriereende bei ProfisportlerInnen interviewt. Da wusste ich noch nicht, dass Carissa Moore zum Beispiel ihre Karriere beendet nach den olympischen Spielen. Das wäre auch ein schöner Aufhänger gewesen. Aber wir führen da viele sonstige SportlerInnen von der EM und ähnlichen an, beziehungsweise sprechen darüber, wie man denn so ein Karriereende eventuell auch nicht so gut gestalten kann oder was halt alles negative Faktoren sein können. Aufhänger ist die Tennisspielerin Andrea Petkovic, die ein Buch darüber geschrieben hat, wie sie in Depressionen verfallen ist, wie sich ihr Alltag so geändert hat, und sie damit zunächst mal nicht zurecht kam und dann irgendwann die Kurve bekommen hat. Und so geht es halt sehr vielen. Spannendes Thema, so wie viele weitere spannende Themen dort zu finden sind. Hört einfach mal rein. Ich verlinke die Website zum Podcast in den Shownotes. Viel Spaß und genießt den Sommer weiterhin. Ich hoffe, auch ihr bekommt irgendwo auf dieser Welt anständige Wellen und habt eine gute Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spomine Podcast. Wir haben, oder ich habe heute wieder eine Interview-Folge vor mir und habe mir einen Gast eingeladen, den der Benni ziemlich gut kennt über seinen Podcast, über seinen Surf-Podcast. Ich sitze gegenüber, digital, aber mir sitzt gegenüber der Fabian Konrad. Fabian ist super spannend, weil er kommt so ein bisschen aus dem Skateboarden, hat es geschafft, dort einen professionellen Status irgendwie zu erreichen. Und ich bin super gespannt, was er so erzählt, wie das beim Skateboard passt. Ich habe selber mal das Glück gehabt, in meinem Auslandsstudium über einen Kommilitonen bei den X-Games in Oslo ein kleines bisschen Einblick zu bekommen. Das ist so meine Verbindung, die ich mit Skateboard habe. Ich bin auch mal gespannt, wie er das so ein bisschen sieht und wie er erzählt. Ansonsten fand ich es eigentlich super geil, was der Benni über dich gesagt hat, indem er meinte, boah, der Fabi, das ist auch so eine richtige Intenssau und entwickelt sich halt alles unfassbar oder erarbeitet sich alles sehr viel selber. Teilweise in einer Zeit, wo man sagt, boah, krass, wie machst du das? Und der Benni hat halt irgendwie auch eine geile Beschreibung genutzt, indem er beschrieben hat, wie du rangehst, als du vor, korrigiere mich vielleicht, wenn es falsch ist, aber so zwei, drei Jahren angefangen hast mit Surfen, dass du halt unfassbar intensiv dann an so Aufgaben rangehst und dann halt echt auch schnell irgendwie so eine Qualität erreichst, wo andere sagen, boah, krass, wie macht der Typ das eigentlich? Deswegen bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Und gleichzeitig hast du ja auch so ein kleines bisschen so einen Trainerblick, habe ich mir sagen lassen. Oder zumindest, glaube ich, hat man das in der Skateboard-Branche, wenn man sich so selber coacht gegenseitig. Und da bin ich halt auch super gespannt, was der Fabi da so zu erzählen hat, wie er so dieses Thema Mindset, Trainer sein, aber auch vor allen Dingen, ja, sich wirklich auch Dinge selber beibringen, also so dieses Lernumfeld. Das sind ja unsere Themen, die uns vielleicht verbinden, was er da zu erzählen hat. In dem Sinne, Fabi, herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit gehabt hast, dir Zeit genommen hast auch. Und meine Standardfrage nach meiner eigenen Einleitung ist dann immer, habe ich was vergessen? Hi, erstmal guten Morgen. Wir treffen uns ja tatsächlich irgendwie sehr früh, verhältnismäßig. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und du hast eigentlich nichts vergessen. Surfen nur bei mir, ich glaube, ich surfe schon vier Jahre sonst jetzt. Ich habe tatsächlich irgendwie auch Flussurfen vorm Meersurfen angefangen. Also ich denke mal, ja, das sind so vier, fünf Jahre dann, wenn man das Flussurfen dazu zählt, ja. Ist ja, glaube ich, auch relativ affin, wenn man irgendwie einmal auf so einem Brett steht, egal ob es Rollen hat, ob es gleitet, wahrscheinlich dann auch im Winter, kann ich mir vorstellen, oder ob es dann halt irgendwie unter Wasser ist. Irgendwie ist man da ja nah dran wahrscheinlich und ist dann auch neugierig, wenn man das eine kann, dass man das andere mal ausprobiert, oder? Ja, übel. Also ich mache tatsächlich irgendwie alles. Also ich skate, ich snowboarde, ich surfe, ich wake skate, ich wakeboarde. Das Einzige, was ich nicht mache, sind Windbrettsportarten, weil Wind einfach mein Element ist. Ich mag irgendwie so, dass ich es von mir aus generieren kann, irgendwie den Speed und so weiter. Oder irgendwie, also dass nicht der Wind mich antreibt, so, da fühle ich mich so ohnmächtig gegen den Wind. Verstehe ich, verstehe ich. Muss man sich natürlich darauf einlassen können. Aber ja, so eine Welle macht ja auch schon Gas, wenn man so sieht. Ja, auf jeden. Die powert auch gut ab. Erzähl uns mal ein bisschen über Skateboarden. Also du bist gesponsert von Titus. Wobei eigentlich, also warum sagt Titus, geil, der ist ein Typ, der macht das, glaube ich, nicht so schlecht. Aber wie funktioniert das bei euch? Also ich bin gesponsert, ich habe tatsächlich noch ein paar mehr Sponsoren. Also Titus ist, ich würde mal sagen, vielleicht mein Hauptsponsor. Wobei ich auch noch für Circa, die Schuhmarke, die kennt man, viele aus der älteren Generation kennen die noch. Dann bekomme ich noch so, man bekommt von hier und dort irgendwie Habits, Skateboards, kriege ich noch was und so weiter. Da könnt ihr jetzt irgendwie eine ganze Liste aufzählen. Warum? Also ich glaube, die Brands versuchen sich halt so aus jedem Teil von Deutschland gefühlt so jemanden rauszupicken, habe ich das Gefühl. Und in meiner Gegend, ich weiß nicht, es ist immer voll schwer über sich selber das zu sagen, aber bin ich wahrscheinlich der herausstechendste gewesen oder Binde herausstechendste wahrscheinlich immer noch. Und die versuchen ja dann überall jemanden zu platzieren, der die repräsentiert und der dort die vertritt. Und ich glaube, das war ein großer Grund für Titus. Also ich feiere für den Titus, also unser Vertrag ist schon bei Titus, aber ich speziell bin ich bei Titus Augsburg. Und das ist auch ein längerer Prozess gewesen. Also es kam über Contest-Erfolge. Also ich habe mal den Titus Locals Only irgendwie ziemlich dominiert in einem Jahr und da war dann weiß ich so auf dem Schirm. Da war dann so, okay, der Typ ist irgendwie gut, weil der Einzige, der vor mir war, war ein Titus-Team-Fahrer. Und dann kam halt lang nix irgendwie. Und ja, ich denke mal so, das war der Werdegang. Also sie schauen auch schon über Erfolg und Aufmerksamkeit etc. pp. Aber gleichzeitig ist ja Skateboard, wie gesagt, ich hatte das so ein bisschen von meinen X-Games-Erfahrungen, was ja nun doch schon mit der größte Spot ist wahrscheinlich, wo man beim Skateboard mit landen kann. Olympia vielleicht in Vorbereitung oder Nachbereitung. Jetzt für dieses Jahr gehört er bestimmt genauso dazu. Aber hilf uns mal ganz kurz so ein bisschen den Sport so von der Struktur zu verstehen. Was Contest heißt, es gibt einen Veranstalter, der sagt, hier, wir machen einen Contest, probieren eine Veranstaltung zu machen. Und du meldest dich einfach so an? Das heißt, das kann sich erst mal jeder anmelden? Oder muss man da schon noch eine gewisse Qualifikation, irgendeinen gewissen Nachweis machen? Wie läuft das bei euch ab? Hilf uns doch mal. Also ich würde mal das Skateboarden erst mal so in zwei komplette Parts splitten. Also es gibt die Skateboarder, die tatsächlich über ihre Fotos und Videos herausragen und so ihren Fame erreichen, sag ich mal. Und dann gibt es die Wettbewerbsathleten. Die anderen sind so eher die Punker und die anderen sind dann tatsächlich die Athleten. Also ich würde das echt so ein bisschen vor allem seit dem Olympia-Ding differenzieren, weil jetzt geht es halt auch so, dass die Nada da ist und so Drogentests und so einen Scheiß macht. Da ist nichts mehr mit Punkrock und Rock'n'Roll. Es ist so, also im Endeffekt würde ich die Contests auch irgendwie jetzt mittlerweile splitten. Es gibt halt einfach World-Skate-Events mittlerweile und es gibt halt so die normalen Contest-Drubel. Ja, der normale Contest-Drubel gibt es halt dann einfach Veranstalter. Zum Beispiel hier gibt es so einen ganzen Cup am Bodensee. Es gibt so einen Bodensee-Cup, das sagt dann einfach ein Skate-Shop so, hey, wir machen irgendwie eine Contest-Serie. Da gibt es dann auch so, das ist wie eine Liga mit einem Overall-Gewinner. Dann gibt es verschiedenste Dorf-Contests, wo einfach das Dorf mal will, dass irgendwie der Sport irgendwie repräsentiert wird. Und dann werden da irgendwie ein paar Leute zusammengerufen und dann wird da einfach irgendwie ein cooles Event gemacht. Und dann gibt es halt eben diese World-Skate-Contests, wo es halt dann jetzt seit Olympia immer um Punkte geht. Da gibt es dann natürlich ein gewisses Qualifikationsverfahren durch. Da kann man sich dann über Regionalkontests quasi hocharbeiten, dann auf die Landesebene. Und dann gibt es halt eine Deutsche Meisterschaft, die dann offiziell ist. Es gibt noch so eine Inoffizielle, wo Titus ganz dick mit drin ist, der COS-Cup. Aber die offizielle läuft dann über World-Skate, läuft dann auch über Verband quasi, über den Deutschen Rollsportverband, DRIF nennt sich das Ganze. Oder wir haben in Bayern dann auch nochmal einen, im Bayerischen Rollsportverband. Der organisiert dann die Süddeutsche, der DRIF. Und so weiter. Und so gibt es halt da dann verschiedenste Contest-Möglichkeiten. Also du startest aber immer in einem Dorf-Contest, sag ich mal, und arbeitest dich hoch einfach. Also ich habe auch immer, ich bin relativ hoch eingestiegen. Ich bin tatsächlich als allererstes einen ziemlich krassen Contest damals gefahren. Meine Knie haben so zittert, dass gar nichts ging. Und dann habe ich halt mal angefangen, so die Lone-Contest zum Fahren. Und irgendwann mal dann Süddeutsche und dann Deutsche. Okay, habe ich auf jeden Fall jetzt einen viel, viel besseren Einblick. Mir fällt doch gerade ein, der Benni hat erzählt, du hast dich auch so ein kleines bisschen in diese Thematik Verbandsentwicklung. Also Skateboardverband, ja, wie du schon sagst, wenn man bei Olympia dabei ist, dann ist man irgendwie auch Part of the OSB oder jetzt generell vielleicht die IOC, genau. Also man ist ja quasi dann diesen IOC-Vorgaben etc. unterlegen und braucht da irgendwie auch einen Dachverband oder einen Fachverband. Der Michael Zillewagen hat uns auch mal, oder ich habe mit ihm gesprochen, über die Entwicklung vom Wellenreitverband. Wie würdest du im Vergleich zum Wellenreitverband, der schon relativ klein ist, den Skateboardverband einordnen? Boah, wahrscheinlich ähnlich tatsächlich. Ähnlich, okay. Also es sind mittlerweile bestimmt, glaube ich, sogar fünf Hauptberufler sogar am Start. Viele freie Leute irgendwie so in den ganzen Bundesländern halt verteilt, wie ich war mal eine Zeit lang so der stellvertretende Fachwart dann auch für Bayern und war dann da auch auf so Sitzungen deutschlandweit, als wir damals auch noch Skateboard Deutschland versucht haben als Verband durchzubekommen. Das hat aber jetzt ja komplett der Deutsche Rollsportverband, ist ja jetzt dann so, da kam halt mit Olympia viel rein. Aber bei den Surfern ja auch. Bei denen wächst das ja auch dauerhaft. Also wir haben jetzt mittlerweile auch zwei Landestrainer. Es gibt dann irgendwie einen, der so alles Mögliche organisiert. Ja, da sitzen schon ein paar Leute dahinter. Ich war tatsächlich sogar auch selber schon mal vor Ort in dem kleinen Räumchen, wo das alles passiert in Frankfurt. Das ist auf jeden Fall hochinteressant. Bei den Radsportlern, glaube ich, war das mit, ich glaube, das war mit bei den Radsportlern mit drin im Gebäude, ja. Okay. Ich finde das auch immer hochspannend, weil das ist ja schon auch ein Big Step, so von diesem, geil, wir machen so unser Ding hin zu, scheiße, wir müssen schon noch mal gucken, wie, dass wir den Anforderungen so ein bisschen gerecht werden. Und es zeigt ja aber auch wieder, wie spannend so ein bisschen diese Sportentwicklung auch ist hinsichtlich, naja, auch Aufmerksamkeit, Ehrenamt, so diese ganzen Themen. Machst du noch aktuell was? Oder ist das... Also Verbandsarbeit? Ja, genau. Boah, eher Vereinsarbeit. Also das ist ja eigentlich auch Verbandsarbeit, weil wir, du versuchst ja in jedem Landkreis am besten einen Verein zu platzieren. Also auf jeden Fall in jedem Bundesland. Mittlerweile, ich glaube, bis auf ein, zwei Bundesländer sind jetzt auch in jedem Bundesland ein Verein, der im Deutschen Rollsportverband ist. Irgendwie so ein, zwei Punk-Bundesländer gibt es noch, die sich da sträuben. Boah, ich könnte es aber auch da irgendwie falsch liegen. Also ich bin so auf dem Stand vor ein, zwei Jahren gerade. Ich bin eher so in den Vereinen tätig, in den verschiedensten tatsächlich. Also ich, wir haben einen gegründet vor fünf Jahren oder so, bei mir im Dorf, dann hier in Augsburg im Verein und dann haben wir noch einen Verein, wo wir eine Skate-Halle haben, der aber, das ist, ja, viele Vereine für wenig Wirkung auf jeden Fall. Aber, ja, da bin ich unterwegs und da sind wir dann auch im Bayerischen Rollsportverband und so weiter und somit auch ein Sprachrohr. Okay. Das heißt aber trotzdem so ein bisschen dein Engagement, um das, also so würde ich es jetzt einfach interpretieren, du brauchst doch das, zu sehen, was man da macht. Ja, also weil, vor allem ist es ja doch nahbarer, als ein bisschen so die Verbandsarbeit so im Großen und Ganzen, das Große und Ganzen im Blick zu haben. Ja, also ich muss sagen, diese Verbandsarbeit fand ich richtig stumpf. Also ich war da auf vier oder fünf Sitzungen. Erstens bin ich mit einigen von den Charakteren nicht klarkommen. Da sind viele Leute, die so meinen, sie müssen das Ganze revolutionieren oder so, hau drauf, Leute. Ich glaube, man braucht die, aber ich fand es richtig anstrengend. Also ich bin mit vielen von den Leuten einfach nicht klarkommen. Und in der Vereinsarbeit ist so, man hat irgendwie relativ schnell ein Resultat. Also du tust was und siehst relativ schnell ein Ergebnis. Wobei das Geile ist, also das Geile ist auf Verbandsebene, du hast viel mehr Gelder zur Verfügung. Auf Vereinsebene musst du dir deine Gelder erst erarbeiten. Also so mein Gefühl, also das sieht jeder anders, aber Vereinsebene ist halt härter, weil du erstmal Geld brauchst, um was zu tun und auf Verbandsebene kriegst du das Geld bereitstellt und tu. Von dem her, also es ist so ein schwieriges Unterfangen, ja. Lass uns nochmal zurück zum Sport gehen. Wie bist du denn eigentlich zum Skateboard gekommen? Ich habe, wenn ich so ein bisschen an meine Jugend denke, gab es auch so eine Zeit, lass uns vielleicht siebte, achte Klasse gewesen sein, wo gefühlt irgendwie jeder so gerade voll abfährt auf das Ding. Es gibt so ein, zwei Dudes in der Klasse, die haben sich sowas gekauft oder ein Skateboard gekauft, haben dann so ein bisschen den Olli gemacht und da probiert er irgendwas hinzumachen. Jetzt bin ich auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, man hat auch, es waren jetzt nicht so viele Menschen da, das heißt, man orientiert sich immer an denen, die das irgendwie cool machen. Aber ja, faktisch fand ich es eigentlich schon auch spannend. Ich war halt damals Fußballer, deswegen war gar nicht wenig, oder war wenig Platz links und rechts, aber fand es schon irgendwie spannend. Aber da ist ja so viel Eigenmotivation dabei, das wollte ich eigentlich damit sagen, überhaupt auch dran zu bleiben, sich selber zu verbessern, mal so krassen Scheiß irgendwie auch auszuprobieren. Wie bist du dazu gekommen? Wie ist denn dein Weg? Das ist aber ein geiler Punkt. Also das finde ich, macht Skaten absolut einzigartig oder insgesamt wahrscheinlich diese Extremsportarten. Wie ich zum Skaten kam, also mein Nachbar kam auf einmal mit so einem Skateboard in der Hand um die Ecke und meinte so, ey, ich habe jetzt ein Skateboard. Und dann meinte ich irgendwie so, ich habe vor meinem Bruder noch ein Brett im Keller liegen. Ich hatte ja so ein uraltes, so diese Fischsports aus den 80ern. Also wirklich wie man so ein ganz wildes Teil irgendwie. Und dann irgendwie sind wir einfach an den Skatepark gefahren. Es gab so ein paar Dörfer weiter ein. Und irgendwie lief das direkt richtig gut. Also ich konnte direkt eine Rampe runterfahren. Ich glaube, ich bin beim ersten Mal eine Rampe direkt einfach runtergefahren. Und ich war so hooked irgendwie. Und seitdem hat es mich eigentlich nie so wirklich mehr verlassen. Ich habe auch Fußball gespielt ganz lang. Ja, bis vor, bis ich 19 war. Ich hatte dann einfach irgendwann zu viele Verletzungen. Das hat sich nicht mehr tragen. Aber. Witzig, dass einer sagt, der Skateboard fährt im Vergleich zu Fußball, hat er bei Fußball so viele Verletzungen. Ja, also eigentlich so die öffentliche Meinung oder vielleicht die allgemeine Wahrnehmung ist ja eher andersrum. Ja, bei mir war das so, ich habe mich im Skaten verletzt, ich habe mich im Fußball verletzt und dann so beides. Also die Kombo war irgendwie zu heavy. Ja. Also im Fußball tut man sich dann an anderen Stellen weh, wie beim Skaten, aber die beeinträchtigen mich dann doch im Skaten und so. Und irgendwann habe ich dann einfach so abgewegt. Aber tatsächlich hat mich das Skateboard einfach, seitdem ich dann, das muss so gewesen sein, als ich sechs gewesen war, als ich dann das erste Mal auf dem Brett stand und dann hat es mich eigentlich nie wieder losgelassen. Also ich war eigentlich gefühlt so mein ganzes Leben Skateboard. war auch so krass, sag ich mal, dass du dann irgendwie in die Schule damit gewackelt bist und dass es dich so irgendwie immer begleitet hat oder war es halt wirklich so diese Selbstmotivation? Weil ich stelle mir das, gerade in diesem jungen Alter sind wir doch super schnell auch abhängig von irgendwelchen neuen Einflüssen. Das heißt, kommt da Kumpel um die Ecke vielleicht mit dem Basketball und du hängst da am Basketball. Also man ist ja sehr geprägt in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Oder hattest du da vielleicht auch ein, zwei Kumpels, wo du sagst, boah, das war einfach so mein bester Kumpel, bin ja die meisten Zeit verbracht. Klar waren wir 50% auf dem Fußballplatz, aber die anderen 50% haben wir irgendwie nicht vor der Playstation gehockt, sondern sind irgendwie geskatet. Boah, ich muss sagen, ich war ein absoluter Einzelkämpfer am Skateboarding immer. Also ich hatte weder eine richtige oder ich habe immer noch keine richtige Community. Also ich fahre richtig viel allein oder mit meiner Freundin aktuell gehe ich an den Park und ich hatte nie so eine richtige Community oder so eine Crew. Ich beneide die Leute, die das haben, die so mit ihrer Gang auf dem Contest aufkreuzen mit 20 Mann. Ich war noch nie mein ganzes Leben mit einem Kumpel, der dann auch noch mitgefahren ist auf einem Contest. Also manchmal war jemand dabei, so zum Zugucken und Bier trinken, aber ich war mein ganzes Leben einfach allein skaten und ich glaube, ich habe mich einfach so mit dem allen identifiziert und das hat mich so dran gehalten, weil es ist halt ein Sport, der viel weiter geht. Also es ist sowohl ein Sport, aber es ist so irgendwie eine Lebenseinstellung. Das ist so, das geht über Klamotten, das geht über Musik, das geht über, wie siehst du eine Stadt? So auf einmal wird die ganze Stadt ein Skatepark. Jede Ecke, jeder Randstein wird für dich irgendwie ein Spot. Und ich glaube, das ist das, was den Sport so in dir lässt. Also ich habe auch das Gefühl, du bist einmal Skater, bist für immer ein Skater. Also selbst wenn du mit Leuten redest, die mal aufhören, die sagen so, ey, ich gehe immer noch durch die Stadt und ich sehe da irgendwie hier so ein paar Treppen und da dies und dachte mir, boah, da hätte ich früher das gemacht. Also ich glaube, das ist ein Sport, der viel weiter in dich reingeht, weil der dich den ganzen Alltag begleitet. Das ist so, das Skaten ist immer präsent. Also das nervt vielleicht auch viele Leute, das nervt auch meine Freundinnen, das nervt jeden um mich rum, weil das ist für mich immer präsent so, das ist immer da, das ist nie weg so. Das ist nicht, ich gehe vom Fußballplatz und dann ist Fußball beendet, sondern das ist so, dann sitze ich daheim, gucke Videos an, dann sitze ich daheim, gucke Fotos an, gucke Magazine an. Das ist so, das ist immer bei dir und ich glaube, das ist das, warum man es dann im Endeffekt durchzieht, weil du es einfach gar nicht mehr loskriegst. Das ist wie so das Suchtgefühl manchmal. Ich habe auch gefühlte Entzugserscheinungen, wenn ich verletzt bin oder so. Ich nerve dann jeden, ich gehe eben auf den Sack irgendwie. Also es ist schon irgendwie was anderes. Ein schönes Bild, was du dort malst und ich glaube, jetzt kriegen wir auch ein bisschen besseren Eindruck, wie man so aus dieser vielleicht auch kleinen Nische das irgendwie schafft, da so eine Passion draus zu machen. Oder aber, und das denke ich aber auch, das finde ich auch mal ganz spannend, weil da gibt es ja doch auch andere Vergleiche, wie Surfen. Eine Sportart kann halt irgendwie auch einen Lebensstil oder so eine Lebensart generieren oder verkörpern. Und sich damit zu identifizieren ist dann auch, ja, kann halt irgendwie auch so Persönlichkeit prägen. Das ist das, was ich so raushöre. Ja, diese, aber das ist auch manchmal hart irgendwie. Weißt du, manche stufen dich dann drunter, ach du Skaterboy, du bist der Skaterhänger. Meine Eltern dachten, glaube ich, voll lang, ich bin so ein Kind, das auf einem Kinderspielzeug hängen blieben ist. Also ich glaube, die realisieren es immer noch nicht. Ich glaube, das ist dann so die Schattenseite davon an diesem Lebensstil. Das ist wie du ja auch denkst, wenn jemand irgendwie seinen Job kündigt und surfen fährt an Atlantik, dass der irgendwie so ein Gypsy-Hänger ist. Aber nee, der hat einfach Bock jeden Tag zum Surfen. Also das ist, das ist ein mega, das komisch verankerte Bild auch in der Gesellschaft dann teilweise bei solchen Sportarten dadurch. Wodurch ich oft dann, ja, sorry. Nee, ich verstehe hundertprozentig, was du sagen möchtest. Und gleichzeitig gleichzeitig ist ja auch mein großer Antrieb, dass man Sport auch nicht nur als reines Tool, also als reine Körperbetätigung sieht, sondern irgendwie auch so diesen gesellschaftlichen Wert dahinter. Und das ist ja das, aber auch, was du so ein bisschen in einer anderen Blickweise auf die Thematik gerade spiegelst, indem man halt sagt, Mensch, es ist halt eben nicht nur die Sportart, sondern es ist halt alles, was mich ringsherum so beeinflusst und was der Sport mitbringt, das gibt mir irgendetwas. Das können manchmal die Leute sein, das kann auch der Flair sein, das kann die Identifikation sein, das kann die Bindung sein, so wie du es gerade beschrieben hast. Und das auch wirklich mehr mit dem Sport zu verbinden, weil wie ist es denn bei der Musik? Da ist es ja auch nicht, da spielt jemand ein Instrument, sondern ein Musiker ist irgendwie was ganz, also der hat ein ganz anderes Bild. Und da sagt man ja, es gibt zwar die Welten, also es gibt die Bilder, wo man sagt, Mensch, hier Party und Rock'n'Roll, aber es gibt ja auch bei der Musik ganz viele andere positive Aspekte oder positiv wahrgenommene Aspekte, Thema Kultur. Also wenn du hier irgendwie Posaune spielst oder Cello oder Geige, glaube ich auch ein gutes Beispiel, dann wirst du ja niemals als Party und Rock'n'Roll wahrgenommen. Sondern dann wirst du ja eigentlich derjenige, der in der Oper irgendwo hochtalentiert oder hochspezialisiert irgendwie die Menschen unterhält. Und das finde ich, das geht dem Sport manchmal ein bisschen abhanden, diese differenzierte und aber wirklich auch so lebens- oder gesellschaftsprägende Haltung. Und da finde ich das gerade in deiner Sport da super schön, weil sie eben den Weg rausgemacht hat von so vielleicht einer kleinen Subkultur hin zu Olympia und das, was du ja auch sagst, mit Struktur dahinter, mit Vereinsarbeit dahinter, mit aber auch wahrscheinlich dann Jugendförderung etc. So diesen, und das aber auch als Wert zu sehen, dass wir dort eine Möglichkeit haben, mit Sport, Gesellschaft und Persönlichkeiten zu prägen. Das ist das so, was ich dort immer gerne mache oder immer gerne probiere, auch nochmal anzuschieben und den eigenen Horizont dafür zu öffnen. Und deswegen finde ich das ganz schön, wie du das so beschreibst, dass man eben nicht nur, dass es nicht nur diese eine Brille gibt und dass es nicht nur diese öffentliche oder die, dass es den Stereotyp gibt, sondern dass es irgendwie auch eine ganz, ganz andere Wirkung und eine ganz, ganz schöne Wirkung für einen selber generiert. Ja, das sind schöne Worte. Ja, ich finde halt auch Skaten ist richtig schwer in der Gesellschaft als Sport anzuerkennen. Ich glaube, die meisten Leute sehen das auch gar nicht als Sport. Das ist eben, glaube ich, was man dazu noch sagen muss, was super schwer ist, den Leuten zu erklären, das ist ein ernsthafter Sport. Das ist hart. Also, das ist, ich mache so viel drumrum um das alles. Also, die Leute denken echt, glaube ich, ich gehe irgendwie ein Bier trinken und rolle auf dem Brett rum und das geht alles von ganz allein. Also, das ist ein krasser Sport, ey. Das ist richtig Arbeit, dieser Scheiß-Sport. Und die meisten Leute sehen das, glaube ich, als spielen. Und das finde ich manchmal, das tut mir so weh in meinem Herzen. Und dann quatschen mich auch die Leute an. Ey, wo hast du denn eigentlich diese durchtrainierten Beine oder warum hast du so eine gute Balance oder keine Ahnung? Und dann sage ich so, ich springe die ganze Zeit in die Luft. Was geht denn ab bei euch? Ja, okay. Verstehe ich voll. Kann ich von nachempfinden, ja. Aber dann erzähl mal so, wie läuft denn dein Alltag? Also, wie hast du, organisierst du dich selber so ein bisschen in deine Sessions, wo du sagst, Mensch, morgens mache ich immer irgendwie zwei Stunden im Park, also im Skatepark, mein eigenes Ding oder wie strukturierst du dich dann selber, dass du quasi auch deinem eigenen Anspruch da, naja, genau, also zu trainieren gerecht werden kannst? Boah, ich glaube, ich mache da ganz viel aus Lust raus. Also, ganz viel aus Lust und Antrieb, würde ich sagen. Also, mir ist halt voll wichtig, dass mein Körper fit ist. Deswegen mache ich eigentlich gefühlt mehr außenrum als Skaten. Also, ich mache so voll viel Blackroll-Mobility-Zeugs und Balance-Zeugs, Kraft, meine ganzen Verletzungen kompensieren. Und das Skaten kommt dann immer so von selber, dass es dann irgendwie, dann kommt auf einmal so in mein Kopf, boah, jetzt hätte ich Bock auf eine Runde. Oder irgendwie, dann schreibt mir jemand, ey, ich gehe an Park, wobei ich halt echt voll viel allein fahre, weil ich gar nicht so Bock habe auf das alles drumrum. So, gerade wenn, manchmal, wenn mich die Kinder dann auf Instagram entdecken, dann quatschen die mich immer an und so. Das ist voll anstrengend. Also, ich mag das voll gerne, aber ich mag dann nicht die ganze Zeit, ja, wie ist das, gesponsert zu sein und was bekommst du alles geschenkt und so. Und das ist so, ich bekomme das nicht geschenkt, ich zerstöre meinen scheiß Körper dafür. Also, das, das ist, ich bin echt voll in meiner Bubble. Also, ich fahre eigentlich am allerliebsten mit den Leuten, die mich schon immer kennen. Also, ich fahre immer nur mit den gleichen Leuten wie vor 15 Jahren. Und wenn die eigentlich nicht skaten gehen, dann gehe ich an den Skatepark. Wenn ich jemanden treffe, ist es schön. Und wenn nicht, dann bin ich allein. Und eigentlich so organisiere ich das. Also, ich, ich, es kommt viel so aus nur Lust und aus, wie gerade die Zeit liegt. Also, ich habe schon meinen Anspruch so dreimal die Woche mindestens, manchmal siebenmal die Woche. Das ist einfach, wie es gerade klappt und wie mein Körper mitmacht. Ähm, manchmal nach einer krassen Session brauche ich erstmal zwei Tage, dass ich wieder laufen kann. und so und, ähm, deswegen ist irgendwie, das ist so. Was ist für dich eine krasse Session? Was ist für dich eine krasse Session? Also, einfach von der, von der Länge? Also, bist du dann irgendwie vier, fünf Stunden im Park? Oder ist es dann vielleicht auch einfach mal eine 30 Minuten, aber hast du halt irgendwie so Dinge gemacht, die du vielleicht noch nie gemacht hast? Ja, genau. Also, das ist voll, genau, das muss man halt irgendwie, eine krasse Session hat, glaube ich, voll viele Definitionen. Also, ähm, ich bin ja in allen möglichen, also, ich bin sowohl Streetskater, also, boah, das können wir nachher mal kurz differenzieren, da gibt es auch verschiedene Abspaltungen, ähm, aber ich bin halt auch, ich filme auch leise und gehe halt auf Straße raus. Also, da kann es halt mal sein, dass du dich an so einem Streetspot dann, ähm, irgendwie mal so eine Stunde zerstörst und du bist richtig im Eimer, weil das einfach voll hart ist, weil der Boden scheiße ist, äh, die Fails tun viel mehr weh, weil, wenn du auf die Fresse fliegst, alles zerreißt immer so und, ähm, dann im Skatepark zum Beispiel kann es halt auch sein, dass so eine Session dann drei Stunden dauert, dass du dir dann drei Stunden irgendwie einen Trick vornimmst und den die ganze Zeit ballerst und dann das Stressige ist irgendwie, den Speed hier das mal aufzubauen für den Trick oder so. Also, das ist, glaube ich, mega dehnbar. Also, eine krasse Session ist, wenn meine Beine irgendwie zittern am Ende, so, dann weiß ich jetzt, was krass. Okay. Gute Definition, ja, verstehe ich. Danke. Ich würde ganz gerne wirklich mal so auf dieses Thema Paris gucken. Wir stehen jetzt noch kurz davor. Wahrscheinlich kann auch sein, dass die Folge dann hochgeladen wird, wenn Paris schon voll, voll im Start ist. Also, Paris Olympia dieses Jahr. Hast du dort irgendwie, also, ist für dich Olympia ein bisschen was Besonderes? Oder, weil ich habe das damals auch, äh, wie gesagt, von, von Winter X Games, ich habe das so aus dieser Bubble rausgenommen, dass die gesagt haben, Mensch, Olympia habe ich eh gar keinen Bock. Also, ich mache eh so mein eigenes Ding und will so, äh, will halt filmen, will irgendwie so meinen X Games, für die vielleicht, die es nicht wissen. Ist ja auch so ein, so ein Konstrukt von, ich glaube, es war ISBN oder so, die die Marke gegründet haben, aus der Idee heraus, hey, bei uns stehen die Sportler im Mittelpunkt und alle Sportler bekommen das, was wir generieren, ne, und fertig. Also, ist halt irgendwie so eine Marke, die geschaffen wird, um den Sport und den Sportler im Mittelpunkt zu sehen. Ganz anders als Olympia, die ja mittlerweile so eine eigene Marke haben und die sich so die Sportler dazuholen und, hey, willst du von unserem Fame ein bisschen was abhaben? Ähm, deswegen habe ich das immer als großer Konflikt oder große, großes Spannungsfeld wahrgenommen, gerade in diesen bisschen kleinen Nischen und auch Extremsportarten, die da vielleicht irgendwo bei Olympia jetzt dabei sein dürfen. Aber, ja, wie siehst du das? Oder wie gehst du damit um? Boah, also ich habe mir die letzten Olympischen Spiele nicht mal angeschaut. Ähm, vielleicht dieses Jahr gönne ich es mir, muss ich sagen. Ich glaube, das letzte Mal war auch in der Zeitzone ein bisschen anstrengend und wenn, dann gucke ich sowas live an. Letztes Mal war ja Tokio, glaube ich, jetzt ist ja Paris dann. Ich, also ich schaue mir vor allem gern so Replays an, muss ich sagen. Ich finde live irgendwie geiler, weil ich gerade so weiß, das passiert gerade. Ich habe tatsächlich ja auch mal irgendwie so ein paar Punkte gesammelt, sogar, weil so das ist ja so ein Qualifikationsding für Olympia. Ähm, die besten 20, ähm, es wurde 40 mittlerweile. Es waren mal 20, ich glaube, mittlerweile sind es 40. Äh, Skater von jeder Disziplin, ähm, kommen dann weiter in die, die Games und da gibt es dann ein ganz komplexes Qualifikationsverfahren, das ich aber richtig scheiße finde, wenn man da so Punkte sammelt und dann, ähm, bei den letzten Olympischen Spielen haben wir dann in Deutschland nochmal die Nationals, also die deutsche Meisterschaft, vorzogen, dass der Tyler nochmal 5000 Punkte, weil das ist ein 5000er-Event gewesen, sammeln konnte, dass dann die Quali safe war. Ähm, finde ich uncool. Also, finde ich uncool, also nix gegen Tyler, also, wir hatten ja dann den deutschen Olympioniken und das ist auch sehr schön und der ist ja aus Bayern und fährt für einen Verein, der hier in Augsburg ansässig ist, was uns alle mega stolz macht und toll ist, ähm, da kann er auch gar nichts dafür, aber ich fand den Move kacke, ähm, dass man dann irgendwie so mal die Nationals nochmal vorziehen kann und die dann irgendwie früher im Jahr macht, dass man nochmal irgendwie ein paar Punkte sammeln kann, dass die Quali safe ist, weil er ist in Deutschland dann einfach konkurrenzlos, das ist in seiner Disziplin, das ist so und, oder halt, es gibt schon Konkurrenz, aber er ist so der Einzige, der da so auf diese, ähm, Olympia-Schiene so Vollgas abgeht, ähm, und, das, ich, mir taugt das Qualifikationsverfahren schon nicht so, muss ich sagen, ähm, aber das ist im Skaten eh insgesamt noch ein großes Problem in allen Formaten, ähm, und deswegen, ohne Scheiß, ich distanziere mich voll mittlerweile von diesen ganz großen Konterstrubel, find's irgendwie nicht geil, aber, am Ende vom Tag hilft's uns allen, weil, durch das das Skaten olympisch ist, wenn du, wenn ein neuer Skatepark, wo baut wird, in einem Kaff, steht in dem Artikel drin, dass, äh, da irgendwie, ja, die olympische Sportart, Skateboarding, blablabla, Trainingsstätte, und, das ist das Schöne, mittlerweile ist jetzt kein Skatepark mehr, sondern eine Trainingsstätte, und, ähm, also, es ist Fluch und Segen, finde ich, also, ich gönne auch jedem das Olympia-Ding, aber ich finde, manche übertreiben es so, und mittlerweile, war da, da hole ich vielleicht zu weit aus, aber ich, ist eine Story, die ich voll gerne droppen würde, ähm, die, ich hab, ich hab so das Gefühl, die Eltern wollen jetzt schon so kleine Roboter züchten, also, ich hab halt die Ausbildung zum, ähm, Skateboard Judge gemacht, auf deutscher Ebene, und, ähm, oder, ich weiß nicht genau, ob es nur für deutsche Ebene gilt, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, ich hab's halt gemacht, ähm, das lief über unseren Verein, und so, und, ähm, da hatten wir quasi dann als, also, das Ende war, wir mussten halt einen Contest judgeen, und, die, wir hatten dann mehrere Kids eingeladen, das war mehr so ein Contest auf Einladung, und so der Ansporn war so, wenn man will so einen bayerischen Kaderjagd gründen, also Skateboard Bayern soll es dann nochmal so ein eigenes Ding werden, ähm, die Bayern müssen ja immer ihre eigene Wurst fahren, ist so, müsst ihr euch dran gewöhnen, ähm, und, äh, haben wir da halt Kinder eingeladen, und, die ultra krass waren, also, ähm, falls das irgendjemand von den Eltern oder so hört, das war krass auf jeden Fall, was ich da zum Sehen gehabt hab, aber, wenn das die Eltern auch hören, die sind mir richtig auf den Sack gegangen, weil das war richtig anstrengend, weil die züchten halt so kleine Roboter, die Kinder müssen unbedingt irgendwie Profi werden, und dann war das, kamen die Eltern her, ja, wenn mein Kind jetzt da noch, das macht, gewinnt der dann, und, und dann hat sich ein Kind einfach einen Fuß umknickt, offiz, es war ein Bänderriss, das war ein Bänderriss, und der Vater hat ihn gezwungen zu fahren, weil er in den Kader muss, und, das war so, ich bin hin und hab gesagt, Alter, du machst dein Kind kaputt, schau mal mich an, ich hab das ohne gezwungen werden gemacht, und ich hab bei jedem Schritt in meinem Leben Schmerzen, ich kann keinen Schritt gehen, ohne Schmerzen zu haben, weil ich so krank Arthrose, hab mein Sprunggelenk, hab meine ganze Karriere, in Anführungszeichen, damit kaputt gemacht, und dann hat er das Kind einfach fahren lassen, das Kind hat geweint, während seinem Run, vor Schmerz, vor Nervosität, vor Druck, und, wir standen außen, und ey, wir wollten danach, wir hatten, es war eine Skate-Halle, und wir hatten danach so Open Session für uns, weil wir waren da zwei Tage, und dann danach hatten wir so zwei, drei Stunden, wo wir skaten dort konnten, und wir hatten keinen Bock mehr zum Skaten, wir so in dieser Halle liegt gerade so ein Vibe, der krass ist, und das ist der Einflug, den, finde ich, Olympia ganz krass bringt, weil man, dem kann man halt nochmal ein Ticken mehr Geld mit Skateboarding verdienen, und, jetzt gibt's halt voll viele, die so kleine Roboter züchten wollen, ähm, wie ja die Chinesen das eh schon vormachen, und die Japaner irgendwie, da gibt's ja gar diesen Chin-Wu, der so krass durch die Decke geht, äh, kann ich jedem mal empfehlen, den auf Insta zum Gucken, das ist crazy, also, das heißt irgendwie Chin-Wu irgendwas, ähm, Wahnsinn, aber, das taugt mir nicht, weil ich bin aus meinem Ansporn Skaten gegangen, und jetzt gibt's Leute, die sagen, du musst skaten gehen, und das geht meines Erachtens gegen den Spirit von dem ganzen Sport, also ich seh das manchmal gar nicht als Sport, für mich ist das irgendwie eine Kunst, muss ich sagen, ich stell das auch so auf eine Ebene mit Eiskunstlauf, ohne Scheiß, ähm, ich fahr so eine Kür, weil ich, 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 ich feile ja auch an meinem Start, und ich will ja nicht nur die Tricks abspulen, das ist wieder so ein Punkt zu diesem Chin-Wu, der spult seine Tricks ab, hat keinen Style, ähm, steht aber alles, aber ich stehe lieber den Trick nett, aber steht dann einmal geil, so, dass ich mich selber zufrieden bin, ähm, und das ist irgendwas, glaube ich, Skaten für mich ausmacht, ich gehe aus meinem Ansporn, mein Kopf sagt, ich will Skaten gehen, ich will den Trick lernen, und nicht mein Papa steht da am Rand und sagt, mach das, und, es holt ihn nochmal eins weiter aus, und dann bin ich doch fertig mit der Story, ich hatte nämlich, als Kind bin ich mal gegen den Tyler in den Contest gefahren, der unsere Olympionik ist, und da stand die Mutti tatsächlich am Rand, mach da den 540, ey, warum stehst du den Trick nett, mach da das, er ist jetzt Olympionik, also ich war damals 13, dann muss der Tyler 11 gewesen sein, und, ähm, siehst du ja, der Erfolg, äh, zeichnet sich jetzt aus, ja, ist schön, aber ob der Junge so viel Spaß am Skaten hat, habe ich manchmal so, also, er kann mir das gerne mal erzählen, ich, ich traue mich das nie zu fragen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er schon viel Skaten geht, weil er muss, und nicht weil er, so diese, diese Passion, vielleicht mittlerweile hat er die Passion, aber damals so, war es für uns alle auch anstrengend. Also erstmal vielen Dank, ich glaube, du redest dort ganz, ganz viel, über, Situationen, Verhaltensweisen, die halt Leistungssport auch mit sich bringt, glaube ich, das, ich greife das mal auf mit dem, mit dem Tyler, ähm, ich glaube Leistungssport, und das war auch, glaube ich, ein Grund, warum ich auch nie richtig noch weiter gekommen bin, meiner Sportart, hat auch immer was mit Druck und Erwartungshaltung zu tun, ne, und du musst halt irgendwelche Sachen machen. Deswegen fand ich das ganz spannend, als ich dich vor uns gefragt habe, wie dein Tag aussieht, und du gesagt hast, du machst jetzt voll, voll viel, um deinen Körper eigentlich wieder herzustellen, ähm, wenn das von innen rauskommt, und dass du voll gut selber die Motivation dafür findest, für diese Off-Sports-Activities, boah, ich frage nicht, wie oft ich mich gedehnt habe, oder die Sachen gemacht habe, und wir hatten auch alle schon die Möglichkeiten, ich habe es halt einfach nicht gemacht, weil ich keinen Bock habe, ne, weil es halt irgendwie nichts mit Ball zu tun hatte, weil es halt nicht diesen Sport und diesen Vibe, äh, äh, generiert hat, sondern, und deswegen finde ich das eigentlich bemerkenswert, zwischen, wie du das ja sagst, ich mache halt voll viel, eigentlich immer den Sport machen zu können, und kritisiere aber auch gleichzeitig, äh, zu Recht, ne, völlig zu Recht, kritisiere die Herangehensweise, wenn man es nur aus der Verpflichtung heraus macht, ne, es ist, ähm, es ist extrem schwer, aber das, klar, das ist irgendwie auch ein Thema, dem wir uns im Sport stellen müssen, und ich glaube aber, das ist ein bisschen auch menschliches Thema, wenn man sich nur mit einer Sache beschäftigt, oder die halt extrem, und Leistungssport ist ja trotzdem irgendwie auch so ein extremes, ähm, Setting, wenn man der nachgeht, dann wird sich es wahrscheinlich auch nicht vermeiden lassen, ne, und wichtig ist er aber, glaube ich auch, und da bist du ja ganz gutes, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man irgendwie so eine eigene Einstellung dazu findet. Ja, ich finde, das ist das Allerwichtigste, man muss, äh, mit sich selber im Frieden sein, man muss da so sein, man muss mit sich selber im Frieden sein, da, das ist, es ist, glaube ich, schwer im Leistungssport, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nie so, richtig krass, also, ach, aber ich hatte ja auch einfach, meine Eltern hatten das nie so wirklich interessiert, weil ich musste die immer so, hey, fahrt mich da hin, das ist ein Contest, und so, dann ist denen voll auf den Sack gegangen, weil dann, kombiniert mich dann doch ans Finale kommen, und dann ging das irgendwie bis nachts um drei, und, ähm, dann habe ich gewonnen, dann kam mit meinem Preis raus, dann war wieder alles gut, und so, und, ähm, aber das, bei mir kam immer alles von mir, also, und ich muss sagen, ich bin richtig froh, den Weg gegangen zu sein, also, aber, das andere Extrem, zeichnet sich immer wieder aus, dass das eigentlich der Weg zum Erfolg ist, also, der erfolgreichste Skater ist ja so aktuell der Nigel Houston, und der, dem hat ja sein Papi immer eingesperrt, in so ein, die hatten glaube ich einen Private Skate Park, und der durfte dann irgendwie nicht irgendwie rein, bevor er den Trick gestanden hat, ähm, und er ist jetzt dann mit Abstand der erfolgreichste Skater ever, sagt aber dann auch erst irgendwie, dass er Spaß am Skaten hatte, als seine Mama sich mit ihm irgendwie da verpisst hat von seinem Papi, ähm, und davor hat er nie Spaß am Skateboarding gehabt, also, das ist, ich, ich, ich bin eher so auf der Spaß-Ebene, und nicht auf der, Leistungssport-Ebene, und ich glaube, das ist so, ich, das ist glaube ich auch einfach personenabhängig, das ist, also, ich will da immer gar niemanden an zu nahe treten, das ist auch voll schwer, Leuten da zu nahe zu treten, oder halt so, keinen zu, zu diskriminieren, also, ich glaube, alles hat seine Berechtigung, aber, man, ich bin zu Zwang, hat keine Berechtigung, also, ja. Ja, bin ich hundert Prozent bei dir, ne, da gibt es ja auch viele Sportlerstürmen, und, äh, mir fällt da auch gerade so spontan Jan Ulrich ein, der auch gesagt hat, Mensch, mein Unterschied, also der Unterschied, warum ich es dann auch nicht mehr geschafft habe, zu Lenz Armstrong war halt einfach irgendwie, weil ich, weil ich auch so der Mensch sein möchte, der ich bin, oder der Boris Becker, der auch gesagt hat, so mit Anfang 19, 20, äh, warum, warum bist du noch, nicht noch dominanter geworden, ja, ich hab's irgendwie mit 19 erreicht, oder mit 18 erreicht, oder mit 17 schon erreicht, und war aber auch der Mensch, der ich einfach bin, und hab gerne gelebt, und hab, äh, mal hier, mal da, links bei Frauen geguckt, und mein Fame mir abgeholt, sozusagen, also die sind, glaube ich, heute da viel, viel reflektierter als damals, ähm, oder in dem Moment, aber du hast voll recht, ne, wir haben auch bei uns im Podcast immer mal wieder über diese Elternrolle gesprochen, und klar, es ist wichtig, irgendwie so ein, so ein Unterstützung, so ein Förder, äh, Kultur, oder Bereitschaft, ne, also so eine Förderbeziehung, seinem Kind zu ermöglichen, wenn er da Bock drauf hat, aber ich bin hundertprozentig bei dir, dass es einfach schade ist, natürlich, dass dann solche krassen Situationen, solche krassen Verhaltensweisen, solche Zwang, ja, also zwanghaften Verhaltensweisen, es ist schade, dass die zum Erfolg führen, weil die eigentlich, ja, überhaupt gar nicht, naja, ähm, das sind, was wir uns vorstellen, ne, ja, voll. Also ich, ich hatte bloß gerade so ein bisschen nochmal erzählt, und, ähm, dass wir auch uns viel mit der Gedanken auseinandersetzen, welche Rolle spielen Eltern, und welche Rolle sollten sie spielen, und wo, wo es aber auch echt, wo es gefährlich ist, wenn man so viel erwartet, und zu viel, also wenn man so seine, na, letztlich geht es ja darum, Liebe aus Leistung, oder Liebe durch Leistung, ne, und diese bedingungslose Liebe herzustellen, in der Beziehung, ähm, das ist halt das Wichtigste eigentlich, ja. Ja, ja, also ich habe Gott sei Dank so ein richtig positiv Beispiel auch zu diesem Elternthema, ähm, also ich gebe ja Skateboardkurs, seitdem ich, boah, zu meinem ersten Kurs bin ich, glaube ich, mit dem Mofa gefahren, dann war ich 15, ähm, und, ähm, das war dann immer so über das Ferienprogramm bei mir im Dorf, und, ähm, da habe ich dann tatsächlich zwei Jahre lang hintereinander, war da so der gleiche kleine Boy da, also ganz schüchterner, und, und, aber der ist irgendwie hängen blieben auf dem Scheiß, mittlerweile so wie Best Buddies so, er ist, äh, zehn Jahre jünger wie ich, aber, wir, 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 wir sind sowieso auf so Buddy-Ebene, das ist echt voll sweet, und, und, der hat eigentlich die Traumeltern, muss ich sagen, äh, ähm, also, der ist aktuell auf einem ganz guten Weg, also, ich glaube, er wird nicht in die Leistungssportszene gehen, aber er hat jetzt, äh, ein, zwei coole Erfolge eingefahren und so, und, aber die, seine Eltern sind einfach cool, so, denen ist eigentlich Skaten mehr oder weniger scheißegal, also, die, die interessieren sich, die finden es cool, dass der Sohn das macht, und die würden ihn überall mehr hinfahren, also, die würden, die fahren ihn überall hin, aber stehen weder draußen, die, die gucken sich den Contest schon an, aber, das ist alles auf so einer richtig coolen Ebene, so, ähm, die geben mir den Knirps auch oft mit, und, wir gehen dann irgendwie zum Rollen, und, ähm, und, das finde ich immer richtig cool, also, das sind meine, das finde ich so die Traumeltern, also, die, die supporten das alles, der kriegt sein Stuff, der kriegt Schuhe, der kriegt Boards, Skateboarden ist ja auch eine unfassbar teure Sportart, äh, muss ich sagen, weil es ein Materialsport ist, aber, und deswegen ist es voll schön, einfach Eltern zu haben, die dir das finanzieren, die dich da hinfahren, aber ich finde es voll schön, wenn die Eltern einfach keinen Druck machen, der muss keinen Contest fahren, der muss keinen Erfolg einfahren, wenn er es tut, ist es schön, und wenn nicht, dann war es trotzdem schön, und, ähm, das finde ich ganz toll, ich finde es auch ganz toll, dass aus meiner, aus meiner Skateboardlehrer-Karriere der kleine Knirps entstanden ist, der jetzt erst irgendwie so einen Junior-Contest auch in Bayern gewonnen hat, hier, da bin ich ganz stolz. Ich würde gerne, glaube ich, wirklich nochmal so ein bisschen über das Thema Judging sprechen, ähm, was, welcher Judge möchtest du sein, was macht das für dich, äh, weil ich finde es unheimlich schwer, diese Sportarten, du hast vorhin auch, Eiskunstlaufen, äh, äh, erwähnt, ähm, ich hatte mit dem, mit dem Ingo Steuer da auch schon ein Interview, äh, super spannende, super spannende Geschichten, äh, sagt dir das was, Eiskunstlauf, Ingo Steuer? Nee, gar nicht. Es war quasi der letzte Trainer von, äh, Robin, Iona Sarkovi und Robin Schafchenko, oder andersrum, Iona Schafchenko und Robin Sarkovi, so rum, glaube ich, ne? Also das heißt, unsere letzten Olympischen Olympiasieger wurden von ihnen trainiert, also er war so die letzte Trainer-Generation, die, ähm, also Olympiasieger quasi im Eiskunstlaufen trainiert haben und deswegen, äh, ganz spannend, aber selber halt auch ganz passionierter Eiskunstläufer und, ja, genau, kann man halt so, hatte so eine kleine DDR-Vergangenheit. Schwieriges Thema, wie gesagt, aber, ähm, fand es spannend, weil da ja auch ganz viel Passion mit dabei war, ne? Über die Kombination der Sportart. Ähm, ähm, aber bin quasi abgelenkt oder bin ein bisschen abgeschweift von meinem Thema. äh, ich finde es halt spannend, dass diese Sportarten, die, naja, einfach irgendwie bewerten müssen, ne? Also wo es, wo es keine, es gibt zwar klare Vorgaben, aber man hat trotzdem so ein kleines bisschen ein, 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 ein Handlungsspielraum. Wie, wie, wie nutzt du das für dich oder was, woran machst du fest, äh, sag ich mal, dass vielleicht ein Sportler, der vermeintlich die gleichen Ablauf hat, dass der doch irgendwie bei dir vielleicht einen Halbpunkt mehr bekommt. Schwieriges Thema, äh, ein mega umstrittenes Thema im Skateboarding. Ähm, ich glaube, der Grund, das ist auch ein großer Grund, warum man dann so viele Judges, äh, dransitzen hat, dass du dann an einem, du hast ja dann immer irgendwie, je nach Format, dann irgendwie vier Judges und einen Headjudge. Der Headjudge fließt ja dann nicht in die Bewertung eins, sondern es gibt die, gibt die Base so oder überprüft er die anderen Judges. Mhm. Und es ist echt schwer, also, man kommt, man muss, glaube ich, anfangen, viele Kriterien zu judgen. Also, wir müssen dann irgendwie anfangen, nicht nur die Tricks zu bewerten, sondern Speed, Creativity, Style, somit so, wie wird der Park ausgenutzt, ähm, also das geht auf so viele Ebenen, so nutzt er jedes Obstakel im Park. Was ich zum Beispiel richtig cool fand, ich hatte ja dieses Seminar mit dem Mirko Holzmüller, der hat mir uns ja dann so das offizielle Judging erstmal beiberacht, der Mirko ist der, der judgt alle World Skate Events, der judgt auch die, die ganzen Olympia Qualification Events und so weiter, also das ist schon eine Nummer im Judging und der ist hier auch aus Bayern, zufällig, ähm, Bayern, alles dreht sich um Bayern. Ähm, ähm, ne, Scherz, aber, auf jeden Fall, ähm, ja, also, auch der Mirko meinte, dass es halt super schwer ist, das zu bewerten und deswegen geht er immer vorher mal mal her, schnappt sich sein Skateboard und fährt den Park ab. Ähm, es geht es vielleicht im Eiskunstlauf nicht, weil das Eis ist wahrscheinlich immer relativ ähnlich, also es gibt bestimmt auch viele Unterschiede, ähm, aber, ähm, der Mirko meinte auch bei dem, wir haben, bevor wir diesen Junior-Event gejudged haben, so, Jungs, skatert's mal den Park und, ähm, so, und dann, ohne Scheiß, ich glaube, ich hätte das, ich hätte den Park nicht vorher gefahren, ich hatte irgendwie chillt und ein Bier trunken, ähm, weil wir waren ja echt irgendwie eher zur Belustigung dort und das war noch so das Leckerli am Ende, ähm, offiziell darf man ja als Judge gar kein Alkohol haben, aber das war ja kein offizielles Event, ähm, Alkoholfreies Bier, Spezi war das, in der Bierflasche, ähm, äh, aber, ähm, auf jeden Fall, ey, ich habe da so viele Erkenntnisse getroffen, ähm, es gab da so ein, also ein Obstacle in dem Park, das nennt sich London Gap, das ist quasi so eine, so eine Stufe, die du nach oben springst, aber aus einer Rampe raus, ähm, ich glaube, das kann man vielleicht so ganz gut erklären, also eine Rampe, und dann kommen noch wie, sag ich mal, Treppen, und dann springt man auf eine Ebene, ähm, wenn man das so, ja, ich glaube, so kann man es ein bisschen checken, Euro Gap heißt auch in dem offiziellen, ähm, im offiziellen Jargon, kann man das ja googeln, auch wenn es jemand interessiert, wie ein Euro Gap ausschaut, ähm, auf jeden Fall, das sah super lukrativ aus, das Obstacle, das ist eigentlich auch mein Obstacle, dann bin ich auf das Ding Zug fahren und ich bin beim ersten Versuch einfach nicht mal hochkommen, und, ähm, die Kids sind da hoch und mit Tricks und so, und ich hab nur einen Olli, also bin quasi nur gesprungen und bin auf den ersten Versuch gar nicht hochkommen, dachte mir so, okay, krass, und von dem Zeitpunkt an hat dieses Obstacle für mich dann schon einen ganz anderen Wert gehabt, und jeder, der das genutzt hat, und ich glaube, so fängst du dann, kriegst du dann so eine Base, wie du dann vielleicht auch den Contest besser judgen kannst, weil wenn du dann weißt, okay, der nimmt das Obstacle und fliegt dann auch noch mit so viel Höhe da drüber, dann weißt du, okay, das war nochmal ein Step über dem anderen, weil das ist echt heavy, da dann in so einer Flughöhe so jetzt drüber zu knallen oder mit so einer Safeness, ähm, und ich glaube, so holt man sich dann vielleicht die kleinen Punkte, also da muss ich sagen, ein krass geiler Tipp, dass man mal den ganzen Park, jedes Obstacle versucht, selber mal kurz zu fahren, um dann das einschätzen zu können, weil es gibt ja oft die gleichen Obstacles in verschiedenen Höhen in den Parks, und dann wundert man sich dann irgendwann mal nimmer so, warum fährt jeder das und keiner das und der eine, der das fährt, ist dann halt der krassere für mich, ähm, aber Skateboard-Chargen ist auf jeden Fall ultra hart, also, was dann noch krasser ist, also, wir müssen Transparenz-Chargen, also, wir müssen, wenn du mich morgen fragst, muss ich dir komplett, oder fragst, fragst, da kommt wieder der Bayer doch, ähm, da muss ich dir komplett den Run sagen können, wenn ich auf mein Judging-Sheet schaue, so, und, ähm, jetzt musst du dir, aber es passiert ja, Trick, 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 ba-da-ba-ba-bam, ja, ähm, jetzt musst du dir da so Kürzel ausdenken, ja, jeder hat seine eigene Judging-Sprache, oder teilweise Symbole, Pfeile, Kreise, whatever, für diese ganzen Tricks, und es sind, dann hat man alle Tricks im Skateboarding erfunden, ja, es kann ja sein, dass jemand mit einem komplett out of nowhere neuen Trick kommt, ähm, das passiert tatsächlich regelmäßig, und dann ist so, äh, was? Und dann musst du aber cool bleiben, dir kurz den Kürzel ausdenken und dann weiterjudgen, und, ähm, das ist so ultrahard, das ist einer der am schwersten zu bewerten, ich würde ohne Scheiß so weit gehen und sagen, das ist einer zum, der schwersten, zum beschwersten, bewertendsten Sportarten der Welt, weil der Sport noch nicht fertig ist und er wird nie fertig sein, es kommt immer nochmal ein Japaner, der einen krasseren Trick kann, äh, also, sorry, dass ich so diese Japaner-Witze mache, aber das ist krass, die kommen zur Zeit so out of nowhere, also, und hauen da Dinger raus, so, und mit einer Safeness, ähm, deswegen sind die gerade sehr bräsent im Skateboarding, so, wir scherzen alle so ein bisschen drüber, wenn da auf einmal so aus dem Licht so krasse Maschinen kommen, ähm, und es ist, ich, ich, ich denke voll oft drüber nach, aber egal wie ich drüber nachdenke, fällt mir keine Sportart ein, die so schwer zum bewerten ist, weil es gibt keine klare Linie, ich finde sogar im Eiskunstlauf gibt es eine klare Linie, weil du keine Objekte hast, die sind alle auf einer Ebene, auf einem Boden, ähm, es gibt eine, ich würde sagen, da ist relativ, da gibt es nicht so viele Variationen, weil beim Skaten kann das bret sich ja, das kann sich in die Horizontale, in die Vertikale drehen, dein Körper kann sich dann auch noch drehen in verschiedenste Richtungen, ähm, also dein Körper kann verschiedene Saltos, Rotationen, whatever machen, ähm, und das ist, also es ist die komplexeste Sportart ever, was es vielleicht für mich auch so interessant macht, ja. Ja, ich glaube, dass, wenn ich auch drüber nachdenke, ist es halt das Krasseste, dass du einfach nicht verbunden bist mit deinem Sportgerät. Und alle anderen, ja, aber alle anderen auch kreativ, technischen Sachen sind ja verbunden mit dem Sportgerät. Und wenn wir dann tatsächlich irgendwie nochmal bei, hergehen mit zum Beispiel rhythmischer Sportgymnastik, wäre ja auch so gymnastische Themen mit Sportgerät, ähm, dann hast du aber immer die ebene Fläche und die habt ihr auch schon wieder nicht. Und dann hast du auch dieses Speed-Thema, das heißt, du hast auch wieder, bist auf dem Untergrund und generierst Speed, was vielleicht auch schneller ist als du selber. Das heißt, du bist nicht selber für deinen Speed, also nicht selber verantwortlich meine ich damit, es geht vielleicht schneller als, ähm, als du laufen könntest. Ja, genau. Jetzt bin ich bei dir, wenn man zumindest diese Parameter mal so auseinandernimmt und, ähm, drüber nachdenkt, ja. Ja, man muss sich das, glaube ich, manchmal so vor Augen halten, einfach wie, was dieses, wie sich das Brett rotieren kann, und wie sich der Mensch rotieren kann. und dann ist ja das Lustige, ähm, mit wie, mit wie vielen Möglichkeiten du dann in diese, also die sogenannten Grinds, zum Beispiel, ja, also du hast ja, also du hast diese Rails, also Stangen, oder dann Curbs, das sind dann einfach Kanten, ja, ähm, da lockt man ja, da lockt man ja dann ein mit dem Brett und da gibt's ja dann auch noch Variationen, das Brett hat ja ganz viele Möglichkeiten, wie man da so einlockt, also ich empfehle da vielleicht einfach mal den Leuten einen Contest anzuschauen, ich glaube, viele Leute, die das vielleicht anhören, können sich da gar nichts vorstellen, aber vielleicht kann man einfach mal irgendwie X-Game-Skateboarding eingeben und, äh, YouTube und sich mal was anschauen und man stellt halt hier fest, irgendwie schaut alles gleich aus, aber irgendwie ist es doch minimal anders, ja, und, ähm, das ist das Problem an dem ganzen Sport, ja, ähm, Fabi, ich würde jetzt so langsam probieren, das Ganze, die ganzen Eindrücke, die du gesagt hast, mal so zusammenzufassen und so mal mein, mein kleines Fazit zu ziehen, du wirst professioneller Skateboarder, weil du zumindest es geschafft hast, äh, Sponsorings, ähm, zu überzeugen oder Sponsoren zu überzeugen über dein Output, du hast gleichzeitig aber auch schon Camps als Trainer, äh, du bist, quasi irgendwie so Trainer und hast deine eigenen Ferienkurse oder deine eigenen Workshops gegeben, äh, an deinen Kids und hast auch mega schön dieses Beispiel mit den, mit den Eltern und mit deinem Vorzeige, äh, Boy, auf den du selber mega stolz bist, äh, beschrieben und du bist Judge, Judge in, in deiner Sportart, die auch, wie wir gerade festgestellt haben, super komplex und schwierig ist zu bewerten, rational oder objektiv zu bewerten. Wo geht denn die Reise hin? Was hast du denn noch für Ziele? Was machst du denn, gibt es denn da irgendwas, was du noch nicht gemacht hast? Du bist im Verein tätig, das heißt auch da irgendwie so in offizieller Funktion, ähm, also summa summarum, du lebst Skateboard, du lebst Skateboard vorne, du lebst Skaten, aber was gibt es denn vielleicht, was, hast du noch Ziele eigentlich? Also ich muss sagen, im Skateboarding habe ich, glaube ich, mehr erreicht, wie ich mir je erträumt habe, also manchmal, wenn ich auch mit meinen Kumpels abends zusammensitze, sagen die, oh, wie krass ist das irgendwie, dass du mit einem Titus Wappen auf dir rumfährst und das ist irgendwie, du hast da einen Vertrag mit denen, also wie krass ist das, wir haben früher bei Titus einkauft und jetzt gehe ich da rein und hole meinen Scheiß am Soundstab, ähm, ich schätze das auch immens und dann auch eben auf Contest-Ebene, also wenn man jetzt die ganzen Ebenen durchgeht, auf Contest-Ebene, ich war in der Deutschen Meisterschaft, ich habe es bis in Semi-Final geschafft, habe mich über die Regionalmeisterschaft qualifiziert, also nicht mal vor Ort, es gibt da auch noch eine kleine Quali, wo ich extrem stolz drauf bin, ich habe da irgendwie so einen kleinen Wimpel hier, so Qualified for the German Championships, ähm, was ich ultra krass finde, und ich habe große Contests judged für meine Verhältnisse, also ich habe die Süddeutsche Meisterschaft judged, ich habe die Bayerische Meisterschaft gejudged, ähm, Deutsche Meisterschaft ist gar nicht meinen Ansporn, also ich bin lieber hier in Bayern oder auf Landesebene, finde ich cooler irgendwie, ähm, von dem her, ich glaube, ich habe gar nicht mehr viele Ziele, so ich, ich arbeite gerade eher an, an Film, Film- und Fotoprojekten, wir machen viel Film- und Foto gerade, ähm, das kam bei mir immer so ein bisschen zu kurz, beziehungsweise ich habe nie so was Geiles fertiggestellt, das ist mein Ziel gerade, irgendwie geile Film- und Fotoprojekte, geile Skatefotos schießen, so, so richtig, so Fotos, die man sich in 50 Jahren noch anguckt und sagt so, ey, war das geil, oder war das ein geiler Move, so, und, ähm, das sind, glaube ich, gerade meine Ziele und meine Tricks behalten, so, dass ich, äh, nicht so viele Tricks verliere, weil ich irgendwie auch merke, dass ich einfach fragiler werde, und nicht mehr so, also im Skaten, sagt man, hart moschen kann, also ich kann halt nicht mehr so, die krassen Stairsets springen, oder so, und, von dem her, also ich bin einfach, mein Ziel ist einfach irgendwie weiterhin Spaß zu haben, so viel Skaten wie möglich, und irgendwie ein paar Fotos und Videos shooten, und Contest fahre ich natürlich auch noch ein bisschen. Vielleicht jetzt nochmal Anschluss dazu, die schwierigste Frage, was hat die Sportart so mit dir als Mensch gemacht, oder wo würdest du sagen, Mensch, krass, das hat mich schon irgendwie geprägt, als, äh, so in meiner Persönlichkeitsfindung, und da hat er, es hat Skaten irgendwie so einen großen Anteil? Kriege ich eine Gänsehaut bei der Frage, ähm, ich muss sagen, boah, ich, ich bin Skaten so, weißt du, also, ich glaub, also, die, ich, die Sportart hat alles mit mir gemacht, also, das ist krass, also ich, je mehr ich drüber nachdenke, ich, ich, ich bin das halt einfach, also, das, die hat mich gemacht, so, ich glaub, hätt ich Skaten nie kennengelernt, weiß nicht, was ich machen würd, wär ich so ein Gamer-Nerd, oder so, weil ich brauch glaub ich immer zum Reihen-Nerden, ähm, von dem her, glaub ich, das hat alles, wie ich bin, wie ich mich verhalte, wie ich mich bewege, was ich in meinem Leben gemacht hab, ich hab jede Reise aufgrund von Skateboarding und Surfen unternommen, also, alles, was ich auf der Welt gesehen hab, bin ich mit dem Aspekt Skateboarding und Surfen hin, ähm, also, ich würd surfen mittlerweile nämlich auch von ganz großen Point, aber ich hab ja Surfen auch angefangen, um mich im Skaten weiterzumentwickeln, ich wollt diesen Surfy-Style reinbringen, ähm, also, das ist bei mir halt, ist nix ohne Hintergedanke im Skaten, so, ähm, von dem her, ist das eine schwer zu beantwortende Frage, ich würd einfach sagen, Skateboarding hat irgendwie, mein, alles gemacht, meine Persönlichkeit, mein, wie ich ausschaue, wie ich mich, was ich tue, wie ich mich bewege, keine Ahnung, also, ich glaub, von, von Kopf des Fuß, äh, von innen nach außen irgendwie Skateboarding so an mir, ja, ich glaube, der Satz oder die Antwort, ich bin's, geht, was ja deine erste war, die sagt schon ganz viel über unser Interview, über dich, über deine Sportart aus, und bin dir deswegen mega dankbar für die ganzen Einblicke, ähm, was auch mit einer vielleicht nicht so, wie soll ich denn sagen, nicht so offiziell wahrgenommen als Sportart, so wie du es ja auch selber gesagt hast, ähm, aber was halt wirklich mit einer Sportart irgendwie, oder was ein Sportart mit dir machen kann, deswegen, vielen Dank, vielen Dank für diese, äh, coolen Worte, vielen Dank für, deine Blickwinkel und deine Geschichte dazu, und, ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwie mal wieder hören. Ja, voll gerne, vielen Dank, äh, dass ich hier erzählen durfte. In dem Sinne, wir beenden unsere Interviews immer mit, äh, Stärke beginnend im Kopf, bei dir ist es wahrscheinlich nicht, nur der Kopf, bei dir ist es, äh, aktuell, glaube ich, alles, zumindest, wenn man das, äh, die Stärke auf den Skateboard, äh, Sport oder das Skaten, naja, so mal runterbrechen, ja. Wenn du magst, letzte Worte von dir, Fabi? Ähm, letzte Worte, boah, ähm, ich würde vielleicht einfach an die Allgemeinheit, weil du hast ja schon eine Hörderschaft, die jetzt keine Skater sind, ähm, mal einfach so ein, so ein Appell setzen wollen, dass man kein, die Sportarten nicht verachten sollte, das sind keine Rebellen und keine Punker, Alkoholiker und Kiffer, ähm, das sind ernstzunehmende Sportler, die was Krasses bewirken, ähm, es gibt natürlich die Negativbeispiele, die diesen Lifestyle leben, aber mal die ausblenden und mal sich ernsthaft damit befassen, ob man da urteilen soll, weil ich habe viel, bin viel falsch verurteilt worden, weil ich die Sportart betreibe, ähm, sowohl in der Schule, hatte da Stress mit Lehrern, als auch in der Gesellschaft, ähm, von dem her würde ich einfach mir wünschen, dass man solche Sportarten nicht verurteilt, sondern einfach mal einen anderen Blickwinkel rangeht, sich vielleicht ernsthaft mal damit befasst oder mal jemanden fragt, der das tut, ähm, weil wir sind alles coole Leute, wir schauen vielleicht ein bisschen anders aus, weil Skaten sieht, glaube ich, so kreativere, ausgeflippte Leute an, ähm, aber das machst du auch cool, Musik hören auch alle und das sind eigentlich die gleichen Künstler. Absolut, absolut, vielen Dank dafür, danke dir. So, alle liebst du durch, Goldmedaillen vergeben, Mann, war das geil und jetzt habe ich so richtig Bock zu surfen, sag ich euch da, schnapp mir mal mein Board und gleich rein. Ey, ha, ha, wer kommt denn da? Die steuert irgendwie so geradewegs auf mich zu, äh, äh, hi, äh, bist du der Surfer Dude vom Wilming Surf Podcast? Äh, ja, das bin ich wohl, ne? Ah, ja, cool, lern ich dich mal kennen, hätte mir dich anders vorgestellt. Äh, äh, okay. Äh, ja, ich habe einen Anruf von dem Benni bekommen, ich soll mich mal bei dir melden, er sagte, er wünscht sich irgendwie mal so ein paar frische Vibes in seinem Podcast Outro. Äh, okay. Naja, und ich dachte, wir gehen vielleicht einfach mal eine Runde surfen zusammen, lernen uns mal kennen und schauen, ob wir demnächst ein bisschen zusammen kommentieren. Was meinst du? Äh, ja, äh, voll, voll gerne, äh, wie, wie heißt du überhaupt? Äh, ja, ich habe noch keinen Namen. Benni sagte, den Namen sollen sich vielleicht die ZuhörerInnen einfallen lassen. Mal gucken, ob das was wird. Äh, okay, ja, äh, mach sich mal drauf gefasst auf so einen Scheiß. Mit so einem Kram kommt der Typ immer um die Ecke da. Gibt krampfhafte Versuch, Interaktion zu fördern, glaube ich. Hehehe, naja, aber gut, dann jetzt hier mal der Aufruf an alle HörerInnen. Was meint er? Ich heiße Surfer Dude, super kreativer Name, ne, ja, wirklich. Wie könnte denn mein weibliches Pendant heißen? Ideen bitte gerne an die Kommunikationsmittel, die in den Shownotes genannt sind. So, okay, komm, dann gehen wir noch mal eine Runde ins Wasser. Will ich doch mal gucken, was du so kannst. Haha, ja, das werde ich dir gleich mal zeigen. Hast du Olympia geguckt? Was die Frauen da für Feuerwerk abgefackelt haben? Oh Mann, übel, ja. Dann werden wir uns mal ordentlich battlen jetzt, würde ich sagen. Erste Hitsch von hoffentlich vielen demnächst. Wach, Dude? Challenge accepted. Miss ist unbekannt. Los geht's. ki hoffentlichổi. ,